Ich weiß ja, dass du Angst hast, aber du musst diesen Mammographie-Termin wahrnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bestehe darauf. Bestehe darauf. Alles gut. Alles klar bei dir heute? Ja, ja, alles okay. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ist, wenn es krebs ist, oder? Melanie ist eine Kämpferin. Was ist, Melanie ist mein bester Name? Was ist, Melanie ist mein bester Name? Was ist, Melanie ist ein Gewinner? Was ist, Melanie ist mein bester Name? Was ist, Melanie ist mein bester Name? Why don't we always reach out to those?